Und was genau tun Sie da, Mister? Ich mache Kaffee. Ja, klar, das ist einfach toll, ja? Das einzige Problem ist, dass diese Kaffeemaschine fürs Management ist. Ist das ein Scherz? Wie mache ich jetzt meinen Kaffee? Ich bin der Chef, Steve! Und wenn ich sage, dass diese Kaffeemaschine fürs Management allein ist, heißt das, Sie können sie nicht benutzen, ja? Also hören Sie auf, nummer Fragen zu stellen und arbeiten Sie weiter! Okay, okay, alles klar. Okay, aufgepasst! Allesamt! Nach dem Essen habe ich eine sehr wichtige Ankündigung, klar? Das gilt auch für Sie, Steven!